Es ist soweit, es ist soweit, es ist soweit, die spannendste Liste oder zumindest für mich die spannendste Liste des Jahres. Stopp, für mich ist es die spannendste Liste, Martin, weil ich weiß ja gar nicht, was kommt. Okay, dann das Erstellen dieser Liste. Ich finde es aber auch schön, dich danach zu fragen. Ihr da draußen, ihr Miebelking-Follower, ihr coolen Menschen habt entschieden, was sind eure Lieblingsspiele der letzten zwölf Monate gewesen. Und dafür haben diesmal 110 Leute abgestimmt, da es beim letzten Mal nur 35 waren. Ja, beim letzten Mal waren wir unter 40 und da sind wir jetzt einfach mal ganz stabil verdreifacht. Pi mal Daumen, falls meine Frau zuhört, stimmt nicht ganz. Ja, weiß ich. Und wir werden jetzt auf jeden Fall hier mit euch gemeinsam die Liste durchgehen und erstmal die Plätze 10 bis 5. Dann haben wir eine kleine Fun-Frage und vor der 1 gibt es noch die Honorable Mentions-Titel, die es leider nicht geschafft haben. Gordon weiß von nichts. Genau, ich weiß nur, dass es diese Liste gibt, dass sie erstellt wurde. Davon weiß ich was. Und damit würde ich sagen, also wir beide haben auch nicht mit abgestimmt und wir haben das oder ich habe das. Gordon hat ja nichts gemacht, der schneidet nachher. Ich habe das so gemacht. Ich habe das so gemacht. Ihr durftet, die Community durfte drei Titel abgeben, wobei der erste Titel mit drei Punkten bewertet wurde, der nächste mit zwei und der letzte mit einem Punkt und danach wurden alle Titel zusammengetragen und die Punkte zusammengerechnet und daraus ergab sich dann halt eben die Liste, die ich jetzt mit Gordon gemeinsam durchgehe. Und ja, damit sage ich herzlich willkommen bei Meeple, King und der Community-Liste. Ab geht's. Was sagst du, sind Titel, drei Titel aus der Pistole geschossen, wo du sagst, die sind safe drin? Tune Imperium, Terrorscape und ich hoffe Too Many Bones. Okay. Ich dachte mir jetzt ganz spontan eingefallen sind. Das war ja schon mal eine stabile Ansage. Okay, na gut. Dann fangen wir einfach mal an auf Platz 11. Slay the Spire. Auf Platz 11? Ja, Quatsch. Platz 10. Ja, pass auf. Ich sage dir auch gleich, wie das zu Stande kommt. Okay. Okay. Erklär ich dir bei Platz 9. Okay. Machen wir so. Slay the Spire. Unsere Top 10. Platz 11. Heute ist gute Stimmung. Das ist das erste Video, was wir heute aufnehmen, nachdem wir schon einiges heute an Spielen getestet haben. Deswegen sind wir gerade ein bisschen gelöst wahrscheinlich. Gelöst? Ja, wir müssen sich konzentrieren. Okay. Schalten schon wieder die ersten ab. Platz 10. Slay the Spire. Du hast es immer noch nicht gespielt, oder? Nee, das Brettspiel habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Finde ich jetzt aber auch interessant, dass das jetzt, es ist ja noch nicht so lange her, dass wir auch was darüber berichtet haben, dass es das jetzt auch so zu kaufen gibt, sage ich mal. Aber wenn das Spiel dann auch so gut ist, wie das Spiel, was du mir empfohlen hast, auf der, ich habe es jetzt auf dem iPad gespielt und ich habe es mir auf der PlayStation geholt. Also gleich zweimal. Ich glaube, bei einer der Plattform war es gratis. Hoffe ich. Dann ist das jetzt ein bisschen dumm. Aber nee, es ist wirklich ein richtig cooles Spiel. Das Prinzip macht richtig viel Spaß, macht süchtig so. Also ich habe wirklich ein paar Tage lang richtig, richtig viel gespielt. Holt es immer noch ab und zu raus. Und wenn das auf dem Brettspiel gut umgesetzt ist, ich meine, ich habe dir auch zugeguckt, wie du es quasi vorgetragen hast bei uns, bei unserer All-In-Folge, denke ich, dass es richtig cool sein kann. Und ich habe auch schon einigen Leuten gehört, dass es sehr, sehr gut umgesetzt ist, wie man es halt dann auch auf dem Board spielt. Und deswegen kann ich es verstehen, dass es mit drin ist. Finde ich aber krass, dass das jetzt wirklich schon auch, das ist wahrscheinlich vielleicht auch, weil es aktuell ist, haben viele Leute es gerade noch so im Kopf, sage ich mal. Hast du dazu irgendwelche Punkte auch irgendwie aufgeschrieben? Also wie viele Punkte das hat oder so? Ja, habe ich. Also das hatte tatsächlich zwölf Punkte. Also übersichtlich für die Anzahl der Leute, die gewotet haben, aber war halt im Gesamtbild zwölf Punkte. Ja, Slay the Spy, auf jeden Fall ein schönes Deck-Building, Roguelike oder Roguelite, wie auch immer ihr es nehmen wollt. Das ist so ungefähr der gleiche Begriff. Und das Schöne ist halt, also ich habe es mit Franzi jetzt auch mal wieder komplett durchgespielt, die drei Missionen. Also nur so eine Mission pro Abend lässt sich super schnell ein- und auspacken. Und immer wenn man von vorne anfängt, nimmst du halt einen neuen Charakter, probierst ein neues Deck aus und hast eigentlich immer irgendwie so ein kleines bisschen anderes Spielerlebnis. Und musst halt auch wirklich im Spiel zwischen Taktiken switchen, wenn du feststellst, okay, ich kriege die Karten nicht, ich humble. Dann muss ich halt versuchen, auf eine andere Taktik zu switchen und Karten weiterentwickeln. Also ist cool. Schönes Spiel. Platz neun. Tatsächlich habe ich hier doppelt vergeben. Ich habe mit Franzi gesprochen, die hat gesagt, naja, dann machst du halt eins, machst du Platz acht oder machst zweimal Platz neun, aber dann musst du danach Platz acht auslassen und hatte ich keinen Bock drauf. Es sind zwei Spiele auf Platz neun, dementsprechend sind in der Liste jetzt halt eigentlich elf Spiele. Aha. Das war das Missverständnis. Slay the Spy. Tatsächlich wollte ich die Spiele dann eben auch so anordnen, dass ich gesagt habe, pass auf, ich gucke, welches Spiel hat die meisten Dreierpunkte bekommen. Also war erst Wunsch, ja, waren sie gleich. Dann habe ich gedacht, gut, dann guckst du bei Zweierwunsch, da waren sie gleich. Und dann brauchte ich bei einer nicht mehr gucken. Das ist korrekt. Ja, Mischwald. 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 Das Spiel, wo jeder Spieler, also aus einem gemeinsamen Pool von Karten werden Bäume sowie Tiere gezogen und man versucht dann eben diese Tiere in seinem eigenen Forst anzusiedeln. Man kann an die Bäume, die man legt, man guckt euch, also Mischwald soll mittlerweile jeder kennen, oder? Ich habe es noch nicht gespielt, du hast es mal gesagt. Wenn du so einen Baum hast, gibt es Tiere, die können halt nur über dem Baum platziert werden, dann, das sind so Vögel zum Beispiel, die sich in dem Baum ansiedeln. Du kannst manche unter dem Baum, so Regenwürmer, jetzt nagelt mich nicht drauf fest, ich habe es zweimal gespielt. Und so versuchst du halt deine Bäume maximal gut mit deinen Tieren auszuschmücken und maximal viele Punkte rauszuholen, die begünstigen sich gegenseitig dann noch. Also wenn du diese Tiere hast und diese Tiere, dann gibt es Bonuspunkte und dementsprechend, ja, aber ich habe schon gehört, dass die Meta am Ende broken ist. Also wenn man das Spiel dann, so wie manche Leute, 300 Mal gespielt hat, dann weiß man tatsächlich genau, welche Karten brauche ich unbedingt, welche bringen die meisten Punkte. Da gibt es dann kein Für und Wider und der, der die als erstes bekommt oder am schnellsten, der gewinnt dann eben auch am Ende. Aber sollte, glaube ich, nicht das Ziel sein, dass 300 Mal hermarschlappelt wird. Der Playability ist natürlich dann nicht so stark, wenn man es nur 300 Mal spielen kann, muss man dann schon ehrlich zugeben. Ich fand es nicht so schön. Ich habe es nicht gespielt, weil du halt gesagt hast, dass du es nicht so schön fandest und deswegen ist es auch okay. Mal gucken, wie viele Spiele ich eigentlich gespielt habe aus der Liste, die ich jetzt hier ... Über die ich überhaupt was sagen kann. Über die ich überhaupt was sagen kann. Aber es ist halt auch eure Liste, ne? Ja, und das andere Spiel, was ungefähr die gleiche Punktzahl hat, ist tatsächlich vom Spielprinzip her auch so ähnlich, dass ich sie halt eben auf einem Platz zusammengefasst habe. Also es gibt eigentlich ... Also wenn man genau hinguckt, sieht man Unterschiede. Aber im Großen und Ganzen ... Hast du einen Tipp, was du denkst? Was ist ... Nee? Nee, gar nicht. Es ist Uprising, Curse of the Last Emperor. Und deswegen ... Stimmt, also auch nur beim ganz genauen Hingucken. Wahrscheinlich findest du Mischwald nicht im Uprising-Getummel, wenn du es aufgebaut hast. Da kannst du, da musst du genau hingucken. Als Mischwald verschwunden war, hast du das Gameboard draufgepackt, ist es weg. Eieiei, echt? Uprising ist auch auf Platz ... Uprising ist auf Platz 9 leider nur, ja. Community verändert sich. Wir swipen. Da möchte ich jetzt einmal ganz kurz fragen. Dario, hast du an der Umfrage teilgenommen? Das geht jetzt direkt an dich. Ich hoffe, du guckst dieses Video. Alter, jetzt hat der Uprising mal noch wenigstens vom Mischwald pushen können. Ja, find ich auch auf jeden Fall. Nee. Ja, also Uprising, da kann ich was dazu sagen. Ja, bitte. Ist auch eins meiner Lieblingsspiele, war auch wieder in meiner Top 10, dieses Jahr war das nur, dieses Jahr auch wieder mit drin. Ist zwar ein bisschen abgerutscht, aber jetzt habe ich es auch wieder ein paar Partien gespielt und muss immer wieder sagen, einfach richtig, richtig geil. Wir haben jetzt auch endlich mal ein bisschen schwere Sachen reingenommen. Ich habe sehr oft immer die einfache Variante, sage ich mal, gespielt und die schweren Karten, die man reinmachen kann. Sagen wir mal dazu, was man macht. Also es ist ein kooperatives 4X-Spiel, in dem ihr gegen zwei Fraktionen spielt, die ihr an Siegpunkten übertreffen müsst, um es ganz kurz zusammenzufassen. Es ist ein relativ schweres Spiel, vermeintlich sehr glückslastig, was aber viele nur am Anfang so sehen, denn man kann wirklich sehr, sehr viele Taktiken ausprobieren, womit man das Glück so ein bisschen hintenrum austricksen kann, sage ich mal. Und es ist halt auch wirklich so, wenn man es viel herum gespielt hat, weiß man, was man tun kann, um auch schwere Partien gut zu meistern. Also es kommt ja nicht von ungefähr, dass man sagt, man haut dann wirklich die schweren Sachen rein und trotzdem hat man das Gefühl, man hat das Spiel irgendwie zumindest so ein bisschen im Griff. Es ist viel Würfelglück dabei, auf jeden Fall, man kann aber viel gegensteuern mit einigen Taktiken. Also einfach ein richtig, richtig geiles Spiel und finde ich immer noch geil, dass du damals auf der BerlinCon die Jungs angequatscht hast oder die dich, wie auch immer, und wir dadurch die auch so ein bisschen kennengelernt haben. Also wir kennen auch die Entwickler von Uprising, richtig cooles Team, richtig cooles Spiel. Ja, kann man gar nicht so viel weiter hinzufügen. Und es kommt eine Big Box, irgendwann demnächst. Ich finde, so ein Game Changer in dem Spiel war dann mit der Erweiterung, wo die Droiden reinkamen, die einem die Möglichkeit auf Rerolls geben und man dann aber tatsächlich, okay, dann hast du halt ein, zwei Rerolls. Aber auch wenn du im Kampf alle Einheiten verlierst, sitzt man am Tisch und unterhält sich, okay, ist das jetzt ein Reroll wert? Oder sagen wir, das waren eh blöde Einheiten oder der Kampf ist nicht entscheidend, den kriegen wir anders gerissen. Wir heben uns diesen Reroll lieber auf für eine andere Situation, die wir als wichtiger erachten. Ich finde, mit diesen Rerolls hast du, oder Wurfwiederholungen hast du überhaupt erst angefangen, auch sehr genau darüber nachzudenken, wie wichtig ist das, was ich da gerade überhaupt mache. Lohnt sich das? Und von daher, ich würde es auf jeden Fall immer weitestgehend all-in spielen, wenn ich die Möglichkeit hätte. Ja. Uprising. Curse of the Last Emperor. Die hatten wie viele Punkte jeweils? 13. Ah, 13. Dann kommen wir mit 16 Punkten Voidfall. Also tatsächlich waren es halt insgesamt, wurden extrem viele Spiele genannt. Also ich habe hier schon richtig rausradiert. Ich wollte gerade fragen, ob du mir sagen kannst, wie viele es insgesamt waren. Es waren wahrscheinlich extrem viele Spiele, logischerweise, wenn du ja auch so wenig Punkte bei einigen Spielen hast. Ah, ja, ja. Scrollt noch? Scrollt noch? Scrollt immer noch? Ach du Scheiße, jetzt weiß ich aber, warum du so lange brauchst. Ja, 152 verschiedene Spiele, ne? Okay, krass. Ja, also Voidfall haben wir beide nicht gespielt. Nee, haben wir nicht gespielt. Ich habe es, ja, ich habe letztens, Björn war es glaube ich, im Podcast, vom Brettspiel-Podcast, da auch gerne mal reinhören. Ist immer sehr unterhaltsam, einmal im Monat kommt der raus. Und der hat halt auch gesagt, er hat es letztens gespielt und fühlte sich einfach erschlagen von den ganzen Symbolen, die da sind. Ich glaube, der Herr O'Toole hat da auch wieder mitgearbeitet. Also es ist alles von der Symbolik her schon extrem gut gemacht, von der Ikonografie. Aber du musst das, in der Erstpartie bist du eigentlich nur am Blättern und rotieren. Und als ich das aufgebaut gesehen habe auf unserem Brettspiel-Event, habe ich auch gedacht so, oh nee, da habe ich jetzt gerade so gar keinen Bock drauf. Es hat auch einen Weight bei BGG von 4,3 oder so. Also ist schon heftig. Es ist halt ein krasser Euro-Brecher trotzdem, muss man schon ehrlich sagen. Und da sind wir, auch wenn natürlich immer mal wieder Spiele sind, die auch geil sind, trotzdem ja beide mittlerweile so ein kleines bisschen von weggekommen, dass man halt so immer diese krassen... Und ich glaube auch, dass es ein gutes Spiel ist. Ich habe jetzt auch schon oft gehört, dass es echt geil ist. Aber irgendwie, nee, irgendwie habe ich nicht so Bock. Es ist dann auch noch Weltraum, wo ich so sage, ist okay, muss jetzt nicht unbedingt sein. Und deswegen ist es mir auch okay, dass ich es noch nicht gespielt habe. Aber ich glaube, das ist ein gutes Spiel. Ich finde, es sieht auch optisch echt geil aus. So rein von der Trischprozern sieht das schon cool aus. Aber nee, ich weiß auch nicht, ob ich spielen müsste. Ich weiß es nicht. Vielleicht ergibt es sich irgendwann mal, wo ich sage, ach jetzt komm, ist aufgebaut, ein Slot ist frei, ich mache mit. Aber ich glaube, so selbst Initiative zeigen, würde ich da ehrlich gesagt nicht. Ist einfach so. Was du auf jeden Fall mal probieren solltest, sind die neuen Sorten von Holy Energy. Denn da gibt es jetzt Eistee in zwei verschiedenen Melonensorten. Und zwar Wassermelone und irgendeine andere Melone. Ich glaube Honigmelone war es. Honey Lemon Green Tea, glaube ich, ist das andere. Und das andere ist Watermelon Hibiscus. Das weiß ich so genau, weil ich tatsächlich beide Sorten echt geil finde diesmal. Also die Eistees sind wirklich, ich habe jetzt auch schon mehrere, ich biete die jetzt immer bei unseren Spieleabenden an. Und eigentlich sagen alle, die sind echt richtig lecker. Also bei den Eistees hatte ich noch nicht so viele, die ich richtig gut fand. Aber die beiden, da bin ich ziemlich gut. Die finde ich auch richtig nice. Man muss nur aufpassen, da ist halt auch Tein drin. Also du kriegst, also das kickt schon ein bisschen. Also du solltest davon auch nicht drei hintereinander trinken abends. Das könnte sein, dass so Probleme beim Eistees-Grüntee-Extrakt drin ist. Also von Holy Energy gab es jetzt, oder sind die wieder rausgekommen, Holy Energy, ein Energy-Anbieter, so vom Grundauf her, mit dem wir zusammenarbeiten, der uns ohne Ende mit Dosen-Energies voll beliefert. Dosen-Energies, nicht die ihr euch in euch reinkippt, sondern anmischbares Pulver. Weil das ist quasi der Hauptunterschied zu vielen anderen Sachen, dass ihr das selber anmischen könnt. Könnt ihr dann auch so ein bisschen selber dosieren. Und das Gute ist, dass zumindest der Slogan, No Bullshit, also es ist zum Beispiel auch kein Taurin drin. Natürlich ist ein Energy-Drink in dem Fall dann nicht gesund, aber die sind ohne Zucker. Genauso ist der Eistee ohne Zucker. Dann gibt es noch isotonische Getränke. Auch ohne Zucker. Da ist ein ganz klein bisschen, 0,5 Gramm Zucker drin. Könnte, glaube ich, eigentlich noch ein bisschen mehr Zucker rein, weil es soll ja isotonisch sein, aber egal. Grundsätzlich gucken die Jungs, dass das Produkt so gesund wie möglich ist, dass es in Deutschland so CO2-neutral wie möglich hergestellt wird. Und der Versandweg wird halt kurz gehalten, wenn ihr es hier bestellt. Ich persönlich finde die beiden neuen Eisteesorten auch sehr gut, wobei mir die Wassermelone, ich liebe Wassermelone, ist einfach super lecker. Also wenn du die schön kalt machst, die kannst du echt inhalieren. Und ich werde die Jungs, glaube ich, zeitnah mal wieder fragen, ob sie mir das Kaktuskamel zuschicken können, weil das war meine Lieblingssorte von den Energy Drinks. Und ansonsten isotonisch haben wir gerade Kokos zu Hause. Das war auch eine der Sorten, die vor kurzem erst rauskamen. Die schmecken mir meiner Frau auch sehr gut. Ich bin gar nicht so der Kokos-Fan, aber ich finde das Kokos richtig geil, ehrlich gesagt. Ich finde es wirklich gut. Ich mag auch das Sour Cherry. Das schmeckt schon so ein bisschen künstlich, aber das erinnert mich an irgendwas von früher, dieses Sour Cherry-Geschmack, an irgendwas, was man früher als Kind getrunken hat. Deswegen die isotonischen Sachen trinke ich auch immer, wenn ich zum Sport gehe, beziehungsweise wenn ich ins Fitti gehe. Und sonst tatsächlich das Holy auch öfter mal, wenn ich eine lange Volleyball-Session oder so in der Halle habe. Da ist das echt ganz cool. Deswegen schaut gerne mal rein mit dem Code Meepaking 5. Kriegt ihr auf eurer Erstbestellung 5 Euro Rabatt. Oder sonst, wenn ihr das schon kennt oder habt schon mal bestellt oder auch so, kriegt ihr mit Meepaking 10% auf alle Bestellungen. Schaut da gerne mal rein. Wir verlinken euch das unten in der Videobeschreibung. Das war der Werbeblock. Schwupp, ist er auch schon wieder vorbei. Zack. Ja, also falls ihr dran vorbeigezappt habt, müsst ihr erstmal wieder ein Stück zurückkommen. Platz 8. Nee, doch. Platz, nee, 7. 7 schon? Ja, stimmt. Platz 4. Platz 7. Und das ist ein Spiel, das ist aus meiner Sicht, musste das in dieser Liste sein. Ich hätte es leider gerne etwas weiter oben gesehen. Ja, tatsächlich mit 19 Punkten. Ja, was sagst du? Naja, wenn du es weiter oben gesehen hättest, hätte ich jetzt Terrorscape gesagt. Das ist korrekt. Terrorscape noch auf 7. Ja, ist Artins absolutes Lieblingsspiel im Moment. Weiß nicht, ob es mein absolutes Lieblingsspiel ist, aber auch ganz, ganz hoch mitgerankt. Wurde auf unseren letzten Brettspiel-Events sehr, sehr viel gespielt. Allein in den letzten zwei Brettspielen sind es von Martin, glaube ich, 14, 15 Mal oder so was. Irgendwie so, ja. Sehr, sehr oft ist es ein Hidden-Movement-Spiel, wo einer der Mörder ist, können auch mehrere Leute den Mörder spielen. In der Mitte steht ein großes Haus, das quasi die Sicht zu den anderen Leuten verdeckt. Da spielen Leute Überlebende und die müssen versuchen, aus einer Villa zu flüchten oder aus einem Haus oder was auch immer. Da gibt es verschiedene Maps und die können sich halt gegenseitig absprechen und wissen, wo der Mörder ist. Der Mörder weiß in dem Fall aber nicht, wo die Überlebenden sind und muss herausfinden, wo die sind und die in dem Fall dann töten. Töten ja auch schon, oder? Man tötet die. Ja, klar. Man tötet die. Wenn einer gestorben ist, dann ist es auch direkt vorbei. Gibt sehr, sehr viele verschiedene Mörder oder Leute, die man halt spielen kann, die sich auch wirklich sehr, sehr unterschiedlich spielen. Ist auch auf der Spiele-Spiele auf Deutsch jetzt erschienen. Kann man das noch ordern? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Es war auf jeden Fall ausverkauft. Dann kam jetzt eine neue Kampagne. Ja, das Spiel ist einfach der absolute Hammer. Und vor allem, weil es auch so kurzweilig ist. Also man spielt so, wenn es alle kennen, eigentlich so circa eine Stunde. Roundabout kann man sagen. Und es macht immer wieder Spaß. Es ist oft sehr, sehr spannend. Ich finde es auch cool, wenn man auf der Mörderseite mal zu zweit sitzt. Macht auch Spaß, sich so ein bisschen abzusprechen. Ah, was könnten die denn jetzt da gemacht haben? Also auch zu fünft ist es gut spielbar. Sonst ist es, glaube ich, normale Besetzung drei auf der Überlebenden-Seite und ein Mörder. Ja, vielmehr. Guckt auf unserem Kanal. Wir haben da unsere erste All-In-Folge. Da gibt es einen Beitrag dazu, wo wir das mal so ein bisschen umreißen. Und dem Spiel auch unseren Stempel verleihen. Unseren Award verleihen. Ja, gekrönt von Miebelking. Also absoluten Lieblingsspiele der letzten Zeit, kann man schon sagen. Auf jeden Fall. Also Tarrowscape ist einfach super. Da wollen wir wahrscheinlich zeitnah nochmal ein Video darüber machen, weil jetzt draußen gefragt wurde, was so die besten Starthelden sind etc. Da werden wir auch nochmal was machen. Aber ich denke mal, das machen wir zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ersichtlich ist, dass das Spiel auch irgendwann wieder lieferbar ist von der Spieleoffensive. Weil, so wie ich das mitbekommen habe, wird es das jetzt auch in Essen nicht geben, weil auch die werden wahrscheinlich erst mit Ende der zweiten Kampagne jetzt oder so wieder Exemplare haben. Ich kann ja da nochmal anfragen, aber in den meisten Fällen sind die ja nicht so antwortfreundlich. Wie viele Punkte hatten wir jetzt? 19? Das waren 19 Punkte. Jetzt kommt nur mit 20 Punkte darüber Dune Imperium. Ein Spiel, das ich tatsächlich schon einmal probiert habe. Das sollte nun mittlerweile so oft so ziemlich jeder da draußen kennen. Ich glaube, es ist auf Platz 2 BGG. Extrem hoch auf jeden Fall. Es ist extremst hoch. Spielt halt im Dune-Universum. Also wer damit was anfangen kann und Worker Placement mag, der sollte da auf jeden Fall mal reingucken und boah, ich will da gar nicht so viel zu sagen. Das kennt mittlerweile eigentlich schon so ziemlich jeder. Dune Imperium und das war auch, würde ich sagen, neben Terrorscape das meistgespielte Spiel auf unserem Brettspiel-Event. Also an irgendeinem Tisch wurde das gefühlt immer gespielt. Und wisst ihr, wer es auch mal wieder nicht gespielt hat? Die Story zieht sich durch. Zieht sich durch. Nee, habe ich nicht gespielt. Aber auch war wieder so ein Fall. Lange irgendwie dran vorbeigemogelt. Dann hat Martin es einmal gespielt und hat gesagt, er fand es echt nicht so geil. Und ich habe jetzt auch wirklich öfter mal zugeguckt. auf dem Brettspiel-Wennst und dachte so, nee, und mittlerweile ist es einfach so, dass ich dann denke, nee, dann muss ich das halt nicht ausprobieren. Dann spiele ich lieber was anderes und will meine Zeit nicht verschwenden. Ich glaube, dass das ein gutes Spiel ist, aber ich glaube, es ist nichts für mich, wenn ich mir das schon so angeschaut habe. Und deswegen denke ich, ist es auch in Ordnung, dass ich es nicht gespielt habe. Ich finde, das muss auch mal sein. Man muss nicht immer die aktuellsten Titel alle gespielt haben. Auch wenn wir einen Brettspiel-Kanal haben, kann man sich ja auch so irgendwas mit spielen. Weil das Spiel wird ja trotzdem in der Liste jetzt hier zum Beispiel erwähnt, in der Community-Liste. Das heißt, viele von euch spielen es gerne. Das ist auch in Ordnung. Deswegen muss es uns ja nicht unbedingt gefallen. Das ist korrekt. Kommen wir zu zwei Fun-Facts. Und das passt ja auch gerade sehr gut rein, weil wir bei Dune sind. Und zwar konnten sich die Dune-Spieler nicht so ganz einigen. Es gibt ja Dune Imperium. Und das Neueste ist ja Dune Imperium Uprising. Und mir wurde ja noch mal eingebläut, das ist ja nicht das gleiche Spiel. Also man kann die wohl mixen, aber es ist ja auch ein Standalone, was ja gerade rausgekommen ist. Und dementsprechend gab es halt Dune Imperium hier drin als Voting und Dune Imperium Uprising als Neues. Ich habe sie nicht zusammengefasst, weil ich mich nicht getraut habe. Ich möchte an dieser Stelle nur erwähnen, hätte man sie zusammengefasst, wäre sie auf Platz drei gelandet. Ich hatte mal so gefühlt, da dachte ich, es ist so ein Cash-Trap, aber ich habe gehört, dass da durchaus auch noch mal andere Sachen drin sind. Da sind ja wohl die Sandwürmer mit dabei. Genau. Bei dem Neuen. Das gab es ja bei dem Alten nicht. Das hast du jetzt mal schon kritisiert, ne? Genau. Da haben sie gehört und haben direkt mal durchgerufen, haben gefragt, soll man das reinmachen? Würdest du es dann vielleicht mal probieren? Meiner hat gesagt, weiß er noch nicht, aber sie haben sie trotzdem reingemacht. Sie haben sie reingenommen, ja genau, weil ich das quasi angemerkt habe. Und wenn euch das Ganze gefällt, dass ich da so einen Aktionismus an den Tag gelegt habe, dann könnt ihr jetzt unter dem Video mir einen Daumen hoch dafür geben. Dann werde ich das gegebenenfalls auch mal bei anderen Videos machen und das könnt ihr natürlich nur verfolgen, indem ihr auf Abo und Glocke klickt. Da habt ihr jetzt die Möglichkeit, dran zu bleiben und da werde ich dann uns, also mich für die Community einfach einsetzen. Da seht ihr, wie wir uns für die Brettspielbranche quasi einsetzen, wie wir die zusammen verändern. Ich rufe da an und falte den einfach zusammen, da kenne ich nichts. Ja, hier BGG Platz 2, knapp am Ziel vorbei. Der, der die Silbermedaille hat, der ärgert sich am meisten über seine 40.000 verkauften Exemplare. Ärgerlich. Dann kommen wir noch zu einem weiteren Funfact und es ist jetzt natürlich auch ein kleiner Spoiler, was in der Liste noch drin sein wird. Das ist jetzt der Tipp für dich beim Raten. Ich habe ja die Liste, die ihr da draußen konntet, ja Platz 1, 2 und 3 frei eintragen in die Liste und ich habe gesagt, verwendet bitte die Schreibweise, die bei BGG drin ist, damit ich das besser sortieren kann, weil ich muss mir das ja danach zusammenpulen. Und das Spiel mit den unterschiedlichsten Schreibweisen also es war wirklich irre, wie viele verschiedene Schreibweisen es davon gab. Was denkst du, war das? Mit den unterschiedlichsten Schreibweisen? Ja, das ist in der Liste, ich glaube, zehnmal aufgetaucht in unterschiedlichen Schreibweisen. Boah, stehe ich jetzt auf dem Schlauch, finde ich jetzt nicht so. Also wenn du sagst, das ist bestimmt was relativ Klares, aber ja, Bogen von Burgund. Ah, okay. Bogen von Burgund, Castle of Burgundi, Castle of Burgund, Bogen von Burgundi Deluxe, Bogen von Burgundi Reprint, Castle of Burgundi Balbu, hat es keine Ahnung, waren bestimmt zehn verschiedene Sachen und ich musste mir die dann aus der Liste zusammenpulen. Ja, okay, ich verstehe. Ich musste die alle gleich benennen, damit ich dann die ganzen Duplikate rauskannten konnte. Also tatsächlich Bubu, also dafür, ich habe gesagt, man nimmt die Schreibweise, die auf BGG drin ist, aber da gab es dann halt das alte Bubu, haben die Leute genommen, dann das neue Bubu und das in jeweils beiden Sprachen, Deutsch und Englisch und manche haben halt noch Deluxe hinten rangehangen. Alter, ich will das. Also das war auf jeden Fall das Spannendste. Aber ja, du hast recht, jetzt wo du es gesagt hast, habe ich es sofort gewusst. Ja, stimmt, da gibt es tausend Schreibweisen mit der alten Version, der neuen Version und Englisch und Deutsch und der Deluxe-Variante. Ja, das ist richtig. Das war sehr nervig. Und damit kommen wir zu Platz Nummer 5. Kannst du mal so ein Jingle, mach mal ein Jingle mit deiner Zunge. Ein Jingle? Also üben wir nochmal. Das war ganz schön schlecht. Archinova. Tatsächlich ist es, glaube ich, im Vergleich zum letzten Jahr etwas nach unten gerutscht. Finde ich gut. Ja, überspringen wir weiter jetzt. Überspringen wir weiter. Platz Nummer 4. Spirit Island. Finde ich gut. Finde ich auch gut. Ja, Platz Nummer 4. Spirit Island mit 24 Votes. Tatsächlich, also ihr seid kooperatives Brettspielen. Oh, wenn ich richtig Hate bekomme, Archinova zum Beispiel. Das ist richtig schlimm. Ich hatte es jetzt gar nicht nochmal erwähnt. Nee, nee, aber ich schämt sich schon wieder. Ich möchte nur, ich weiß, dass ihr uns jetzt, ist egal. Spirit Island, ja. Mut zur Lücke. Ist auch eins. Spirit Island, also schon echt altes, kooperatives Spiel. Wo schon einige Erweiterungen zu rausgekommen sind. Ihr spielt die Geister der Natur und es spielt zur Zeit der Kolonialisierung. Wie habe ich das gesagt? Sehr intelligent. Wirkt extrem intelligent, wie du es rübergebracht hast. auf jeden Fall. Erklär uns doch über die Krampf im Mund. Und ja, eure Insel wird quasi bevölkert von Menschen von außerhalb. Und die Naturgeister haben etwas dagegen, denn es werden Städte gebaut, es wird der Wald gerodet. Die Natur wird halt einfach sozusagen zerstört. Und die Naturgeister, verkörpert durch euch, erheben sich und versuchen kooperativ eben diese zurückzudringen. Da gibt es die Angst, die aus der Dunkelheit hervorkommt und die Menschen erschrecken will und zum Rückzug zwingen möchte. Es gibt das Meer, das die neu ankommenden Kolonisten verschlingt sozusagen schon bei der Ankunft. Es gibt den Fluss, der überall im Land sich extrem schnell ausbreitet. Es gibt den Erdgeist, der zwar nicht besonders schnell, aber dafür sehr stark und hart zuschlagen kann und beschützt vor allem. Die Ureinwohner, die da haren, die auf dieser Insel halt eben auch noch leben und euch im Kampf unterstützen, aber nur, wenn sie angegriffen werden. Ansonsten nur dann verteidigen sie sich und meistens, wenn sie angegriffen werden, sterben sie aber auch direkt. Es sei denn, sie haben euren Support, dann können sie auch zurück mit angreifen. Ein wunderschön gemachtes Spiel, auf jeden Fall auf Expertenlevel, obwohl ich finde, wenn einer die Regeln voll drauf hat, kann man die anderen gut mitziehen. Aber man muss sich definitiv sehr gut absprechen. Das Alpha-Problem, also Alpha-Leader-Problem, wurde in dem Spiel sehr gut gelöst. Bedeutet, es ist nicht einer dabei, der alles steuern kann, der immer sagt, du machst das, du machst das, du machst das, weil jeder hat Handkarten und da steht drauf, was ihr gerade machen könnt und die sieht ja der andere Spieler quasi nicht. Von daher ist Kommunikation in dem Spiel das A und O und es macht immer mal wieder Spaß, auch wenn ich es leider schon lange nicht mehr gespielt habe. Aber wie ihr an den Ausführungen gemerkt, hat Martin das früher sehr, sehr viel gespielt. Ja, wird meinst du ja. Weil wir das sagen, ich weiß auch noch, wo du das wirklich mit meiner Damen zeichnet hast, wie oft ihr das wirklich auf den Tisch gebracht habt. Ich habe es noch gar nicht so oft insgesamt gespielt, finde es aber auch super. Wir haben es dann irgendwann mal, das ist auch schon wieder viel zu lange her, das war glaube ich auch noch in deiner alten Wohnung, nicht im Haus, wo wir das nochmal zusammengespielt haben mit dieser Erweiterung. Das weiß ich noch, ich glaube, das könnte auch fast das letzte Mal gewesen sein, dass ich das gespielt habe. Vielleicht noch einmal zwischendurch. ist wirklich schon wieder lange her, aber das Spiel ist auch nicht umsonst immer wieder bei vielen Leuten mit in den Erwähnungen dabei. Es ist glaube ich, jetzt könnte man schon so ein moderner Klassiker, also es ist ja jetzt schon ein paar Jahre alt und wirklich glaube ich, das wird auch noch sehr, sehr lange her. Es kam jetzt auch wieder in Erweiterung vor ein, zwei Jahren raus, wo wieder noch zehn neue Geister oder so dabei waren. Also da kann man auch extrem viel Varianz mit verschiedenen Missionen reinbringen. Ihr könnt den Schwierigkeitsgrad bis zum Endlevel hochschrauben. Also da hat man sehr, sehr viel von. Auch wenn man sich einfach nur erstmal das Grundspiel kauft, kann man da nicht viel mit falsch machen. Also sehr, sehr cooles Spiel. Cool, dass es auch so weit vorne ist. Ja, da gab es doch noch mal, hab es eigentlich noch eine einfache, einsteigerfreundliche Variante von? Ich glaube ja. Ja, das kann sogar sein. Wo du die Geister mit reinmixen konntest. Das kann sein, ja. Okay, damit kommen wir auch schon zu Platz Nummer drei auf eurer Community-Liste. Und ich freue mich sehr, dass dieses Spiel so weit oben ist. Also ist ja quasi letztes Jahr nicht da gewesen und jetzt voll reingeballert. Und ich glaube, du wirst auch sehr verwundert sein, dass das so weit oben ist. Wenn du dich freust, hätte ich jetzt fast gesagt Scarface vielleicht? Nein. Nee, okay. Habe ich kürzlich das erste Mal gespielt und ich hätte nicht gedacht, dass es aufgrund seiner krassen Komplexität da drin ist. War es ernsthaft? Hegemonie oder was? Ja. Ist auf Platz drei. Hegemonie ist tatsächlich auf Platz drei gelandet in eurer Liste. Crazy. Da bin ich absolut erstaunt drüber, finde es aber auch gut, weil das würde ich dieses Spiel in irgendeiner Form. Es gab aber auch extrem viele Kommentare dazu. Wenn du jetzt gerade so sagst, also alles, was wir da an Kommentaren, also viele Kommentare zu unserem Event-Video waren zu dem Spiel, das schon extrem viele Leute gespielt haben und fast alle ja geschrieben haben, sie finden es schon auf die eine oder andere Weise sehr gut umgesetzt und ein sehr, sehr gutes Spiel. Krass. Krass. Nee, das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Ich auch nicht, deswegen war ich da sehr positiv überrascht und es ist eine Wirtschaftssimulation, in der einer von euch die Arbeiterklasse spielt, einer die Mittelklasse, ein Kapitalist und einer spielt den Staat. Ihr habt völlig unterschiedliche Ziele. Als Arbeiterklasse wollt ihr natürlich die Löhne so hoch wie möglich drücken und nehmt eben an Gesetzes-Neubeschlüssen teil, indem ihr versucht immer, das hochzudrücken und die Steuern hochzuhalten und verfolgt damit eben eure Ziele. Ihr könnt die Unternehmen bestreiken des Kapitalisten. Als Kapitalist versucht ihr natürlich, ihr müsst neue Firmen errichten. Dafür braucht ihr eben auch die Arbeiter, aber ihr wollt die Mindestlöhne natürlich so tief wie möglich haben. Ihr wollt so wenig wie möglich Steuern drücken und so viel Geld wie möglich in diesem Spiel einnehmen. Die Arbeiterklasse bekommt über Wohlstand Siegpunkte. Der Kapitalist bekommt halt über Geld Siegpunkte. Umso mehr Geld er hat, desto mehr Siegpunkte bekommt er. Mittelklasse ist halt dazwischen. Und der Staat bekommt halt die meisten Siegpunkte, wenn die Bedingungen auf dem Spielfeld ausgeglichen sind. Das heißt, er versucht immer zu gucken, wer braucht gerade Hilfe. Oh, der Arbeiterklasse geht es schlecht. Dann schiebe ich der mal so ein paar Bonbonchen zu und sage ihr auch, dass ich sie unterstützen werde, wenn hier gevotet wird. Also, dass ich eher so für sie stimme. Gesetzesbeschlüsse in Richtung Vorteil Arbeiterklasse oder dann halt eben auch in die andere Richtung. Und das ist extremst gut umgesetzt. Viele Leute sagen, sie haben keinen Bock auf eine Wirtschaftssimulation, so wie ich das am Anfang auch gesagt habe. Aber ich war am Ende dann doch so beeindruckt, wie das Ganze so gut ineinander gegriffen hat, dass es tatsächlich auch einfach wirklich viel Spaß gemacht hat, sich da gegenseitig am Tisch so ein bisschen zu stänkern, zu ärgern. Und ich glaube, wenn man dann die zweite oder dritte Runde spielt und dann auch richtige Dialoge da abgehen am Tisch, bei uns hat sich jetzt eher jeder auf seinen eigenen Kram konzentriert, ist das ein richtig, richtig gutes Spiel. Verdienter Platz 3 und zeigt ja auch, was wir für eine Community um uns rum haben. Also es geht hier, ich meine, Hegemonie, Spirit Island, Archinova, die und Imperium ist das auch alles keine Einsteiger-Spieler. Hat er Hegemonie in dem Fall? Hegemonie 27. Okay, ein kleiner Sprung auch und grundsätzlich, das ist was, das habe ich noch nicht gespielt, habe aber mir die Erklärung auch so zur Hälfte mit angehört und man hat ja gesagt, dass ich das doch vielleicht mal spielen sollte und ich glaube, das habe ich auch Bock zu spielen. So viele Leute, wie jetzt was dazu gesagt haben, klingt das extrem spannend, auch nicht so wie ein ganz klassisches Eurogame, was ich immer so ein bisschen Angst hatte. Das klingt schon sehr, sehr spannend, auch wenn ich jetzt sage, dass jetzt eine Wirtschaftssimulation auch nicht das wäre, wo ich sage, boah, ja, das muss ich jetzt, aber offensichtlich scheint es ein sehr, sehr gutes Spiel zu sein. Thema einfach wegdrücken bei der Nummer und dann, ja, denke ich auch. Kommen wir zu Platz zwei. Ich habe es schon einmal angeteasert. Bubu. Bubu, Burgen von Burgund. Bubu mit 34, also von 27 auf 34. Ja, da findest du, du ist so mittelmäßig, nur sagst du, okay, kann man mal spielen. Ich muss sagen, absolut geiles Spiel habe ich auch im letzten Jahr oder dieses Jahr und letztes Jahr extrem viel gespielt. die Deluxe-Version dann unterstützt auch von Oracle and Realms, haben sie super cool umgesetzt. Ja, es ist einfach so ein bisschen so ein Feelgood-Spiel, wo man eigentlich immer irgendwas machen kann. Es wird ein bisschen gewirbelt, man nimmt sich Plättchen, puzzelt die bei sich auf dem Tableau zusammen, macht extrem viele Punkte dabei, also es ist wirklich kein Spiel, wo man irgendwie am Ende nur 30 Punkte oder so hat, sondern eher vielleicht mal so 230. Und in diesem Pack sind auch alle Erweiterungen mit dabei, das ist relativ teuer, muss man sagen, aber man kann sich auch die alte Version holen. Die ist nicht so schön, aber vom Grundprinzip habt ihr trotzdem alles mit dabei und die kriegt man so für 20, 30 Euro, da kann man nicht viel falsch machen. Ist ein Spiel, was ich immer mitspielen würde. Ich habe es auch zu Hause und lege es auch zu Hause öfter mal auf den Tisch, habe ich auch schon mit Leuten, die noch nicht so viel gespielt haben. Es ist am Anfang ein klein bisschen überfordert vielleicht, aber vom Grundprinzip her macht es den Leuten trotzdem immer Spaß, weil man wirklich halt so viel machen kann, dass es nicht so ein krasses Mangelspiel ist. Ich glaube, das ist auch was, was dann sehr positiv hervorhebt. Und jetzt dieses Jahr sehr zu backen, du nimmst ja wieder was Altes nochmal um Pato Rico, glaube ich zum Beispiel, bin ich gespannt. Das ist auch wieder so einstieg, weil ich glaube, Bogen von der Grund war ein krasser Erfolg. Da haben sie echt einige Millionen auf Gamefront mitgemacht. Aber sehr gute Community. Dankeschön. Platz zwei. Nicht? Krass. Nice. Ja. Apropos Danke Community. Wenn euch das da draußen gefällt, was wir hier machen und ihr unsere Arbeit ein wenig unterstützen wollt, dann habt ihr dazu die Möglichkeit und zwar auf Patreon. Da könnt ihr euch gerne anmelden und euch auch noch verschiedene Bonus-Vorteile sichern. ansonsten einfach ein Dankeschön für unsere harte Arbeit dalassen. Genau. Die Möglichkeit habt ihr. Oder ihr kauft in unserem Online-Shop Schalen. Das könnt ihr auch machen. Kommt ganz am Ende des Videos. Damit unterstützt ihr aber nur Gordon. Kommt zu Patreon. Stimmt. Kommen wir zu den Honorable Mentions. Einfach mal ganz schnell noch mit angesagt. Spiele, die es nur ganz knapp nicht mit reingeschafft haben in die Liste. Die aber auf jeden Fall erwähnt werden dürfen. Da haben wir das Arkham Horror LCG. Ah, okay. Krass. Schön, dass es auch immer noch Leute spielen. Da kommt aber auch, wie ich weiß, immer noch Content raus. Ja, kommt immer noch. Also es geht immer weiter. Root. Auch ganz klar. Aber auch da haben wir ja schon mal gesagt, das engrenzt die Zielgruppe schon ein aufgrund dieser krass asymmetrischen Fähigkeiten. Fraktionen. Aber an sich halt ein Top-Spiel. Heat. Das Autorennspiel ist mit dabei. Oath One. Oath One. Habe ich auch gestaunt. Okay. Das ist schon sehr nischig, finde ich. Dass das so weit mit oben war. Krass. Also interessant. Scheint ja bei euch da draußen auch gut anzukommen. Revive. Auch gutes Spiel. Ja. Ich staune mich, dass es halt, also ja, es ist ganz schön ruhig geworden um Revive, finde ich. Ja, stimmt tatsächlich. Also, dass es zwischendurch so hart gehypt wurde. Ich habe meins jetzt auch verkauft. Nicht, weil ich es schlecht finde, sondern weil es halt eher eigentlich so ein Spiel für zwei Spieler ist. Man könnte es vielleicht noch zu dritt spielen, aber die Spielzeit skaliert einfach so hart nach oben. Und auch wenn es ein sehr, sehr schönes Spiel ist, kam es bei mir jetzt deswegen irgendwie nicht mehr auf den Tisch. Und dann ist es halt immer, wenn du so eine Spiele hast, die von der Mechanik gut funktionieren, aber bei vier Spielern die Spielzeit so explodiert, dann überlegst du dir, okay, dann kann ich aber für zu zweit eben auch andere Spiele spielen, die speziell für zwei ausgelegt wurden. Und deswegen ist Revive dann halt eben auch bei mir wieder gegangen. Wonderlands War war auch, glaube ich, im letzten Jahr deutlich höher mit dabei. Ja, hätte ich auch so das Gefühl. Ist ein echt swingy Spiel, finde ich, mittlerweile auch, wo man wirklich nach oben und nach unten, je nachdem, wie die Würfel fallen, auch gut verkacken kann. Oder wie der Sack sich zieht, könnte man auch sagen. Bloodrage? Auch ein etwas älteres Area-Control-Spiel schon. Definitiv moderner Klassiker, kann man sagen, bei Bloodrage. Ja. Geht immer. Und Darwins Journey ist hier noch mit dabei. Dann sagt mir jetzt, Martin, das ist die Eins. Die Eins mit 53 Stimmen. Mhm. Ist ja, wenn man das runterbricht, man konnte ja eins bis drei Punkte abgeben. Und ich habe ja vorhin gesagt, knapp über 100 Leute haben ja mitgevotet. Kann man schon eigentlich sagen, dass im Schnitt jeder dieses Spiel mit dabei hat. Und es ist natürlich, wie das für unsere Community halt eben auch der Standard ist, Disney's Locana. Ah, hervorragend. Bei Disney's Locana, ne, da hast du jetzt nicht mitgerechnet, oder was? Also, ihr habt ein Deck aus Mickey, Donald, nein, das ist natürlich Too Many Bones. Ich dachte kurz wirklich, du meinst das ernst, Alter. Boah, dann hätte ich jetzt gleich rausgegangen. So einen YouTube-Kanal morgen gelöscht, wa? Ja, ich dachte, hab ich dich fast abgeholt jetzt, ja? Ist es wirklich Too Many Bones geworden? Ja, Too Many Bones mit 53 Stimmen halt. Also, mit absolut weitem Abstand immer noch das Platz 1 Spiel dieser Community. Ey, Leute. Ey, macht mich richtig stolz. Ich fand gerade wirklich, ich finde es richtig geil. Oh, ist das schön. Das fühlt sich richtig, richtig gut an. Ah, wunderbar. Ich glaube auch, dadurch, dass das Speer auf Deutsch jetzt halt nochmal rausgekommen ist, das merkt man auch in unseren Videos, die wir dazu gemacht haben. Das sind auch unsere meistgeklickten Videos mit auf jeden Fall dabei. Und auch das Regelvideo. Da kommen immer wieder Kommentare dazu, dass die Leute einfach sehr dankbar sind für dieses Regelvideo. Martin kann man ja dir auch immer sagen. Ein Rutsch durch. Es ist natürlich ein langes Video, aber Too Many Bones zu erklären, von Grund auf, ist auch wirklich sehr, sehr schwierig, weil es dann einfach ein sehr komplexes Spiel ist. Aber dass so ein krass komplexes Spiel bei uns auf der 1 ist, geil. Aber bei jedem Brettspielwenden versuche ich die Leute ja auch immer wieder davon zu überzeugen, dass es super ist und spielt es ja auch immer wieder. Stundenlang. Stundenlang. Letztes Wochenende. Acht Stunden waren es tatsächlich reine Spielzeit. Und das ist dann tatsächlich mein absolutes Liebling-Spiel. Und cool, dass es bei euch auch so gut ankommt. Und ja, da werdet ihr auf jeden Fall sehr viel mit Content versorgen. Und jetzt sage ich mal eins, Leute. Schreibt doch mal an Chip Serial Games mal eine Mail und sagt, die Jungs von Meeple King, die pushen die Spiele von euch so krass. Wir haben von denen immer noch nicht einmal irgendwie einen Rezessionsexemplar bekommen. Die vertrösten uns immer wieder. Ich schreibe mit denen, die sagen, ja, nächste Kampagne kriegt die vielleicht eins. Jetzt haben sie irgendwelche Review-Copies zu. Ich glaube, was ist denn da los? Macht denen doch mal bitte klar. Und Gordon wollte schon Geld dafür bezahlen, dass wir ein Preview dazu machen. Nein. Ohne Beziehung bin ich wirklich ein bisschen enttäuscht, weil ich bin auch eigentlich ein totaler Fan von denen. Aber irgendwie werden wir immer wieder vertrösten. Und ich verstehe es halt einfach nicht, weil wir schon, was Deutschland angeht, glaube ich, mit ein großer Teil davon sind, dass die so viel bekannt sind und wir halt euch immer wieder drüber sprechen. Vor allem Too Many Bones. Deswegen finde ich, also wenn ihr Bock habt, schreibt denen mal eine Mail und sagt, die Jungs von Meeple King, die müsst ihr unterstützen, die müsst ihr mal auf jeden Fall jetzt einen Rezensionsexemplar schicken. Also wirklich, ich bin ein bisschen enttäuscht, aber ich bin froh, dass ihr es auf Platz 1 gewählt habt. Sehr, sehr cool. Ja, finde ich auch krass. Vor allem mit diesem Abstand hätte ich jetzt auch nicht gedacht, muss ich sagen. Ich hätte da ein, zwei andere Titel etwas weiter oben gesehen und Too Many Bones vielleicht mit weniger Stimmen, aber es ist ein ganz eindeutiges Ergebnis hier. Kann man am Platzhirsch nicht rütteln. Was war letztes Jahr? Ich glaube, es war auch Too Many Bones. Echt? Ja, ziemlich sicher. Okay, krass. Heftig, dann vielleicht müssen wir wieder ein... Ist und bleibt Too Many Bones. Wir müssen einen anderen Kanal aufmachen, der ist eingefahren hier. So ein Smurf-Kanal, so einen zweiten. Krass. Ja, ich hatte überlegt, dass ich eigentlich, also so mein erster Gedankengang war ja, als ich dieses Voting hier angeschubst habe, ja, machst du mal anonym, damit die Leute dann vielleicht mehr sich dazu, also müssen sich nicht anmelden, müssen nichts eintragen über diese Liste, vielleicht haben da mehr Leute dann Bock zu und machen das Ganze. Jetzt dachte ich mir, als ich mit der Liste durch war, ach, könnte man ja eigentlich noch ein Gewinnspiel machen, um noch ans Dankeschön was an die Leute zu verlosen. Aber geht ja nicht bei anonym. Deswegen werde ich das nächste Jahr wahrscheinlich dann doch wieder ändern. Verstehe, ja klar. Und vielleicht ein kleines Gewinnspiel dran koppeln. Also wir haben ja schon ein, zwei Mal im Nachhinein danke gesagt, wenn wir uns, ne? Ja, das stimmt. Wir haben es nicht als Vorheraufhänger genommen. Aber jetzt im Nachhinein kann ich leider nicht, weil ich habe ja eure Daten nicht. Von daher müssen wir das Spiel oder irgendein Spiel hier mal zu einem anderen Event verschenken. Trotzdem sage ich zu allen da draußen vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ich fand es auf jeden Fall super, dass wir hier schon mal trotz nur einmaligem Aufruf eine Verdreifachung der Leute dabei hatten, die mitgemacht haben. Stark hätte ich jetzt auch echt nicht gedacht. Fand ich gut. War ich sehr positiv überrascht. Ist natürlich bei fast 7000 Abonnenten immer noch eine ziemlich kleine Zahl. Ich hätte es jetzt noch ein paar Mal pushen können. Das hat wahrscheinlich nicht jeder mitbekommen. Aber die Liste soll auch irgendwann rauskommen, weil mit Essen ist das Jahr de facto rum. Das stimmt, ja. Ja, Brettspieljahre rechnen sich von Spiel nach Spiel. Also in Essen, die Messe, nicht verwirrt sein. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst einen Daumen und ein Abo da. Und ansonsten habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, in das Video vom letzten Jahr auch noch reinzugucken. Da könnt ihr ja dann die Listen nochmal vergleichen. Was war letztes Jahr drinne? Was ist dieses Jahr drinne? Und wir machen demnächst weiter mit Was geht ab in Essen? Da solltet ihr definitiv reinschauen, wenn euch die Messe und aktuelle Titel interessieren und natürlich unsere Meinung. Vielen Dank fürs Reinschauen. Wir sind die Jungs von Meeple, King und sagen Tschüss und Ciao bis zum nächsten Mal. Tschüss.